Man sieht es ihr nicht an, aber Andy McDowell ist tatsächlich schon 59 Jahre alt. Während die meisten in diesem Alter ihre Rente kaum erwarten können, will der Hollywood-Star noch lange weiterarbeiten. In ihrem neuen Film Love After Love muss McDowell vollen Körpereinsatz zeigen. Die 59-Jährige dreht Sex-Szenen und zeigt sich in dem Streifen nackt. Damit hat sie überhaupt keine Probleme, erklärt die Schauspielerin gegenüber dem Portal Page Six. Ich habe schon vorher Sex-Szenen gespielt, aber dieses Mal fühlt es sich richtig an, denn ich kannte alle um mich herum. Es war mir egal, wer da war. Ich habe mich nicht geschämt. Auch in ihrem privaten Umfeld versucht McDowell die Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich wegen ihres Körpers nicht schämen müssen. Nacktheit sei nicht gleich Scham, verdeutlicht die 59-Jährige. Ihre Tochter Margaret Quelly hat das verstanden. Denn auch die 23-jährige Schauspielerin hat keine Probleme damit, Nacktszenen zu drehen.